Leute, heute einen neuen Filmtipp auf Netflix. Jeder hat das ja. Ja, heute sehe ich einen richtig geilen Film von Anfang bis Ende spannend und man kann auch was lernen, ist hilfreich. Ich erzähle euch gleich warum. Ja, seid gespannt. Der Film auf Netflix heißt einfach Throw out my windows, über das Meer, spanischer Film. Man kann auf jeden Fall tanzen lernen, auf jeden Fall. Frauen beim Tanzen, auch Tipps wie man die antanzen lernt. Bei der Geschlechter können wir was lernen, Action pur immer. Auch wie Frauen, also Küssen kann man lernen. Einfach alles was in time, also intim bedeutet. Ja, auf jeden Fall emotional von Anfang bis Schluss. Auf jeden Fall traurig ist das Ende, sag ich euch jetzt schon mal. Auf jeden Fall lohnt sich. Guter Filmtipp von Mr. T. Viel Spaß beim Schauen.